Ja, hallo zusammen, begrüße euch zur nächsten Programmvorschau heute am 17.06.2024, ja in erster Linie für die gefrusteten Schwiegermütter und homosexuellen Schwiegerväter, wo ja ein großer Teil ganz bestimmt auf den Mirko abfahren. Einfach mal, grüße gehen raus und ja für euch hauptsächlich, aber nicht nur, ja ist ein bisschen auf den Grund gegangen, warum so viele jüngere AfD gewählt haben. Naja, reißt einen nicht vom Sessel, aber was soll's, aber nicht nur darum geht's, ihr wisst ja, wie es abläuft, gibt noch mehr Sachen, könnt ihr wieder schauen bei VK, Bitshoot, Odyssee und Rumble und dreimal wird's bei YouTube angedreht und wer mag, ja dann vielleicht bis gleich, macht's gut, tschüss.